Jupp, bitte danke. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid, dass ich da nicht durchgehe. Schade, aber dafür kriege ich wenigstens trotzdem Punkte. Stellt mich auch nicht. Ich bin von 30.000. Haben wir da noch irgendwas? Okay. Bleibt noch schlecht? Wäre nicht schlecht? Ich glaube, das kann ich schon aufwerten. Für den Ball 40.000. Ah, was haben wir denn da mal wieder schönes? Hoppa, muss ich leider mir in den Mund stecken. Auf köstlich möchte ich angelehnt. Geht's nicht? Ja. Geht's nicht einmal aus, scheiße. Ich wollte unbedingt doppelt. Ich wollte unbedingt. Ja. Ich war auf doppelt. Aber, 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 aber. Ein paar Zaubersprüche werden wir sicher schon mal wieder lernen können. Ja, safe. Safe, safe, safe. Was habt ihr eigentlich so für Zaubersprüche? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was ihr da so für Kombis habt. Und ob ich mir jetzt vielleicht sogar das eine oder andere ankupfern sollte. Passt. Ich hab schon letztens geschaut gehabt und hab dann nicht einmal gewusst gehabt, was ich dann ausrüste. Also, dementsprechend. Dementsprechend nehme ich irgendwas. Sonst gibt's eigentlich eh nix. Naja, Verstärkung lass ich. Das, das, das. Feuerwelle und Eissplitter. Blitzwaffe. Ah, Blitzwaffe. Ja, grad so, grad für die Betäubung. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Eissplitter ist das das, wo er da dauerfeuermäßig schießt. Du, 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 du. Kann das möglich sein? Ja. Schon wieder die Tante, die Mutierte da. Dacht man nicht, die Olle. Dacht man nicht. Ja, ich sehe auch, dass anscheinend relativ viele Pops gegangen sind bei derer. Relativ viele. Ja, genau, das hilft. Das hilft enorm. Oh. Du kannst chessen gehen. What the fuck? Ah. Na, wenigstens war sie wenigstens für irgendwas zu gut. Ah, wie. Ah, ne. Die Tante da, die geht mir erst mal, ups. Gott sei Dank ist sie wenigstens mal irgendwas zu gebrauchen. Gott sei Dank. Der ist halt auch gleich zu, super. Oh. Der ganze Armee aufpassen. Aber aufpassen. Aha, hab ich gleich ein wenig gehabt. Bombe. Next. Aber da rechts muss ich auch wieder ein bisschen einsackeln. Ja, bald sind wir 40.000. Dann tue ich mir sicher mal das eine oder andere aufwerten. Boah, mir hat ja noch so einiges gefehlt gehabt. Achso, nee. Das haben sie ja einfach wieder zurückgesetzt. Ja voll. Hoppala. Das haben sie ja einfach wieder zurückgesetzt. Ah, da kann ich aber gar nicht noch so in die Richtung. Und das wird zu wissen. Dann geht es sowieso einer auf mich los. So dementsprechend. Es ist eh wurscht. Machen wir mal den hier. Irgendwer geht fix auf mich los. Oh. Okay. So kann man es aber auch machen. Komm her, Chefe. Komm her da. Jetzt kann ich an der Zeit, dass du ihn jetzt siehst. Havara. 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 Wie kann das sein, dass du wie erst... Oh, na. Na, besser nicht. Besser nicht. Ha. Wie kann der mich da jetzt nicht gesehen haben? Wie geht das? Wie geht das? Der hat wahrscheinlich sogar schon meinen Atem gespült. Merkt man einfach noch immer nichts. Geil. Taugt mir. So. Die depperten Spiele da. Scheiße. Anvisiert. Mich aber trotzdem interessieren, was die so drauf haben. Könnte man relativ gut vorstellen. So in der Masse. Könnten die vielleicht sogar gefährlich werden. Und die machen extrem viel Schaden. Das kann auch möglich sein. Derweil haben die noch nicht einmal Schaden verursachen können bei mir. Weißt du. Die sind einfach nur zur Deko. Klar bitte. Einfach nur zur Deko. Damit ihr sagen könnt. Erste Havara. Da ist eigentlich ein Gegner. Das geht dazu. Einfach nur zur Deko. Und zur Punkten der Sammlung. Nur zur Punkten der Sammlung sind die da. Da ist das sonst noch was. Manchmal bin ich ein bisschen zu vorheilig. Ne passt. 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 Aber da haben wir was. Das habe ich glaube ich gar nicht mal beim ersten Mal eingesammelt. Aha. Geht doch. Uuuuh. Sogar Rang 3. Ui. Auf köstlich schmächtlich. Sogar Rang 3. 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 Und jetzt die Teste kommt. Entschuldige. du darfst einmal fünfmal abwehren wie wie den profi will ich sehen dass der fünfmal hintereinander das abwehren kann das will ich sehen und das will ich auch sehen was der auf den controller drauf drückt aber fünfmal hintereinander bambambambambambam oder der wahnsinn das ist das wichtigste so kurz wie kopt machen wir den hier müssen wie du schon reingefetzt ich mache einfach mal den ihr werdet ist alles klar aber sonst noch was jetzt wo muss ich dann noch mal das auch ich bin gespannt bin definitiv gespannt welche richtung wir dann auch mal wieder gehen wollen also ich würde mal sagen einmal zauberdauer wäre definitiv ehrlich gesagt ein bisschen wichtig blocken ja maximale ja genau ein bisschen mal wieder was mit gewicht wäre nicht schlecht ein bisschen was mir dann gewicht super das nächste mal wieder so 40.000 das ist gut das ist definitiv gut sonst gibt es eigentlich eh nix wenn man hier in den vormäßigen heißt es ist eigentlich auch wurscht aber dennoch die zucker aus ob aber warum einmal hier es gibt es nur wieder schön so ist es gibt es nur wieder zeigen ja okay diese Maßstufe 5 also sei mal eine haupt es ist eh klar es muss besser sein es muss besser sein wieso nicht wieso nicht wieso denn nicht ja bissel bissel geht es wieder weiter ab sagt mir ehrlich gesagt wieder nicht ich würde gerne wenigstens bissel ein paar prozent wieder bissel weiter weg gehen wenn ich das ein oder andere aufwerten würde jetzt glaube ich auch besser ausschauen jetzt glaube ich auch besser ausschauen bombe na sicher nehme ich mir das auf alle fälle bombe mit glück definitiv punkte gewinnen durch besiegte gegner combe mit glück Status. Ha. Ja. Gewicht taugt man nicht so ganz. Alles geht eh. Ganz schlimmer sein. Das mit dem Gewicht kann definitiv schlimmer sein. Ich sehe dich da. Ich sehe dich da da oben. Kämpfen wir schon da? Nein, kämpfen wir noch nicht. Der ist schon wieder ungeregt, der Havra. Aber wie ihr schon gesagt habt, ich werde da schauen, dass da so ein Vierer Havra daherkommt. Haben wir vielleicht sogar hier eine Stufe geworfen? Das wäre super. Ey, das wäre richtig geil. War eh klar. Wieder nicht. Nur dann, wenn ich es brauche. Passt. Digi, ich hätte gesagt gehabt, gönn dir mein Freund. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Bin gespannt, was rauskommt. Und dann plötzlich Stufe 1. Alles klar. Aha. Flöte. Aha. Zeigst du. Zeigst du. Positiva Effekt. Holzphase. Zauber. Gottes Bestienanzeige. Blitzwiderstand. Erlitterner Fernkampf. Willensschaden. Ja. Willensverteidigung. Ja. Ja. Kann man machen. Ja. Vielleicht das eine oder andere könnte man zwar ändern. Aber ja. Bin. Ich. Mal. Ich. 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 Aber heute. Da kriegst du am Bonus und da kriegst du am Bonus. Lass mal noch so stehen. Lass mal am besten noch so stehen. Ich hätte nur gerne so ein Vierer Schwert. Vierer Schwert wäre richtig geil. Und das würde ich dann auch gerne mal so vergleichen. Dann auch ein bisschen aufwerten. Ob ich doch vielleicht einmal durch ein oder anderes Schwert, dann doch bevorzuge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das Schwert, was ich jetzt habe, ist eher so... Nee. Das ist auch nur... Zweier. Ich glaube, zwei Sterne. Ja, glaube ich schon. Zwei Sterne hat der Havra. Nein, ja, ja, drei. Plus drei, aber zwei Sterne. Deshalb war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ein bisschen extrem verwirrt. Selbst die Mutter, die Mutter ist verwirrt gewesen. Alles klar. Passt. Oma sich diesmal gleich in den Offen. Oma sich gleich in den Offen, so herziges. Ja, passt jetzt zur Teppertmaturen. Aha. Und tschüss. Mhhh. 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 Das finde ich immer saugeil. Wenn du so einen starken Gegner hast und dann eigentlich quasi einfach nur Instakill machst. Finde ich mega. Ich weiß nicht, wieso der sich in die Richtung der dreht. Okay. Und eine Züge. Mhhh. 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 schauen, dass wir da vielleicht wieder in die Richtung gehen können. Vielleicht da wieder ein bisschen Dauer von den Zaubersprüchen wäre schon mal richtig geil. Nein, das hat mir jetzt voll getargt, dass der wenigstens